Der Hut ist ja schön und er rutscht mir. Darf ich ihn mal aufprobieren? Ja, aber der sitzt tatsächlich dadurch, dass der, der ist mega schwer hier und das funktioniert nicht. Hallo bei den Spielzeugtestern. In welcher Abteilung sind wir? In der Kostüm-Abteilung. In der Kostüm-Halloween-Abteilung. Und was suchen wir hier? Kostüme. Für wen? Für mich. Für mich ja? Mal gucken, okay? Für Papa. Für Papa. Und er gilt bestimmt als Kuh. Als Einhorn wäre doch lustig. Ja. Was ist das? Ach, ein Umhang. Der ist ja cool. Hier. Vielleicht könnte ich den gebrauchen. Mama, Augen zu. Oh, ich sehe was. Oh. Guck mal. Schlüpfe mal rein. Andersrum, Schnuggi. Andersrum, genau. Genau, so rum. Weil das sind ja die Pfötchen von innen. Sag ich mal. Die könntest du als Handschuhe benutzen, weil bei uns in Deutschland ist es kalt. Wollen wir mal Augen zu? Ich habe die Augen zu. Ich stehe einmal in unten meine Pfanne. Man kann die Augen aufmachen und beitragen. Hey. Oh, süß. Bleib mal stehen. Ah, zauberhaft. Ganz zauberhaft. Ich würde dir ja gerne die Perücke mal aufsetzen. Hier mit den... Da sind sogar Lockenwickler drin. Aber die sind... Aber du darfst mir ja nicht sagen. Nee, die sind auch eingepackt, Hannah. Die kann ich ja nicht rausholen. Ja, wenn ich... Ich kann ja nur Sachen nehmen, die hier unten schon zum Beispiel ausgepackt sind. Wieso ich? Ja. Nee. Für mich. Ja. Für mich gefunden. Ich denke, ich darf dir diesmal was aussuchen. Ja, aber einmal zeige ich dir noch was. Ich gucke weg. Ich sehe das so gut. Ja, aber ich habe gesagt, ich gucke weg. Ich darf doch da hinten keine Augen schnucken. Ich halte nur die Kamera in deine Richtung. Damit unsere Zuschauer wenigstens sehen, was du tust. Kann ich gucken? Bist du überhaupt noch da? Oh, die ist Missvieh. Die ist Missvieh. Ich dachte, du bist weggelaufen. Nein. Und hier ist gleichzeitig noch der Schwanz dabei. Praktisch. Ein Schwanz. Mhm. Funktioniert nicht? Schade. Da war bestimmt das Lied. Wetten? Ja. Welches Kostüm? Ja. Wird es, Hanna. Du musst auf jeden Fall eins anprobieren, sonst können wir nicht entscheiden. Greif dir mal einfach irgendeins jetzt. Schimmelnschein. Das ist Schein. Schein ist das. Das ist Elsa als Königin. Wer ist das? Ja. Das muss ja nicht immer unbedingt jemand sein. Ja. Guck mal, du kannst auch als so'n... So'n... Ach, wie nennt man die noch? Ich komm nicht drauf. Popmodel. Nee. Das ist ne... Ich glaube aus den 40er Jahren. Leg das hier drüben ab. Wollen wir in unsere Umkleidekabine hier an der Seite gehen? Oder willst du das so? Plüm mal einfach über. Du siehst nichts? Ich komm nicht drauf. Welche Richtung? Dreh dich mal zu mir wieder. Und hier einen Arm durch. Also, Hanna hat ja jetzt noch ein Kleid drunter, deswegen ist es ein bisschen eng. Und oben sind auch noch so kleine Nuppies drin, weil das liegt eigentlich auf den Schultern. Aber wir wollen das jetzt auch nicht auseinanderreißen, ne? Aber ich finde, das ist nicht gruselig genug. Was sagst du? Ah, man kann es gruselig machen. Aber du siehst so niedlich aus da drin. Wieder raus? Ja. Baby Shark. Baby Shark. Das ist ja süß. Und es gibt auch Mama Shark. Und Baby Shark. Und du bist glaube ich Papa Shark, oder? Ja. Oh, Mama Shark. Oh, Mama Shark. Okay, jetzt kommen wir in die gruselige Abteilung. Jetzt hatten wir gerade den Baby Shark. Und jetzt kommt eine richtige Halloween-Maske. Ich will den mitmachen. Doch, Mama. Ich hab das. Der ist auch von innen nicht mehr eklig. Ja. Ja. So viele schöne Kostüme, aber da ist Hannah natürlich schon längst draußen. Oh mein Gott. Hannah. Der ist echt gruselig. So wie der Kollege, der da oben steht. Der ist auch so gruselig. Ein bisschen groß und dir hängt ein Etikett vor der Nase. Ja, dein Gesicht ist tatsächlich zu klein dafür. Dann hast du recht, dann ist sie gar nicht so gruselig. Die müsste Papa aufsetzen, aber der tauscht gerade was um. Hör die. Mach doch mal den Kopf nach hinten. Nee, einfach ganz ruhig nach hinten. Ganz ruhig nach hinten. Ganz weit nach hinten. Guck mal die Adern hier. Das hat sie von mir, die dünne, helle Haut. Und dann will Papa erschrecken. Aber. Lächeln. Das ist nicht so schlecht, aber auch zu groß für dein Gesicht. Nein, zu klein. Sag mal, ist das da oben das, was ich denke, was es ist? Das rosa da. Ist das ernsthaft das, was ich denke? Ich denke, das ist ein Pupskissen. Ja, es ist. Dein Ernst? Tatsächlich, das ist ein Pupskissen. Das ist aber auch tatsächlich nur für Jungs. Mit Geräusch, Hannah. Try me. Oh, warte. Ich geb's dir runter. Das ist ja ein albernes Kostüm. Oh, es riecht streng. Hannah nimmt schon Reißaus. Oh, es hört überhaupt nicht mehr auf. Upsala. Oh, oh. Oh, Schatte. Hannah, der hört nicht wieder auf. Der hört nicht wieder auf. Ich glaube, jetzt hat er sich ausgebubst. Jetzt hat er Schluss, Hannah. Wir machen ihn leer. Weißt du, dass du im ganzen Gesicht glitzerst und funkelst? Halt mal still. Das ist toll, ne? Du glitzerst und funkelst golden. Und als Hintergrund haben wir hier Pupsgeräusche. Also ich glaube, Papa hat sein Kostüm auch gefunden. Guck mal weiter runter. Ja. Und jetzt einmal drehen, bitte. Damit wir auch den detailreichen Rücken hier sehen können. Mit den Flügelchen und den bunten Haaren. Und jetzt, jetzt lauf. Und wie gefällt er dir, Hannah? Gut. Gut? Ja, wir gucken jetzt nochmal. Vielleicht finden wir auch noch so ein Kostüm für Hannah. Helf mal Papa da raus. So. Und das ist jetzt mein Kostüm. Und ich muss sagen, also auch wenn ich es nicht als Kostüm haben müsste, bräuchte, das ist mega kuschelig und total weich. Dreh dich um. Habe ich einen Schwanz? Mami�! Du hast einen Schwanz und Flügel. Und Haare, weiße. Waiße Haare? Ja. Oh. Du siehst von hinten, lauf nochmal, das sieht von hinten sehr süß aus. Wie du leuchst. Ja, wie? Echt denn echte kleine Flügel? Du siehst von hinten, lauf nochmal, das sieht von hinten sehr süß aus. Wie du läufst. Weil dein Mors hängt irgendwie eine Etage zu tief. Dann hat Mut und das Telefon klingelt. Du siehst so süß aus. Eigentlich müsstest du jetzt nochmal runter auf alle Viere. Echt? Jetzt soll ich? Weil Kühe... Du bist aber keine Katze, Hanna. Du bist eine Kuh. So, ich glaube, dich lassen wir jetzt einfach hier liegen und ich gehe weiter. Ich habe mein Kostüm gefunden, aber wir zeigen es euch erst zu Hause. Dürfen wir nicht schon mal luschern? Nein. Oh, schade. Aber wir zeigen es euch gleich, wenn wir wirklich wieder im Ferienhaus sind. Ja, und wenn ihr das komplette Kostüm sehen wollt, müsst ihr... Unser Halloween-Video später dann gucken, ne? Aber wir zeigen euch jetzt gleich schon einmal so ungefähr, wie es aussehen wird. Und den machen wir jetzt aus. Bäm! Wo mein Kostüm ist? Ja, im Moment noch mit Puschen. Ja. Weil es ist noch nicht Halloween. Nein, das ist noch nicht Halloween. Und deswegen seht ihr noch nicht das ganze Kostüm, denn da fehlt ja noch was Entscheidendes. Aber das verraten wir nicht. Freut euch auf mein Halloween-Video. Anna, du machst mir Angst. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Bumm! Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr zwei weitere Videos anschauen. Ja, auf. Na, da sind das Video. Noi. 重要. Yo liebe keyboards.